Ich erkläre euch alle Cardio-Geräte und heute starten wir mit dem Laufband. Als erstes legst du deine Sachen ganz normal ab, dafür hat das Gerät genug Stauraum, um alle Sachen dorthin legen zu können. Dann drückst du auch schon auf Start und dann öffnet sich eine Anzeige, wie schnell du läufst und in welcher Höhe. Jetzt kannst du das Gerät verstellen und zwar rechts kannst du die Schnelligkeit anpassen und links dann einmal die Höhe des Gerätes. Und dann fährt das so ganz langsam hoch und dann kannst du auch schon mit deinem Training beginnen. Wenn du das Training dann beenden willst, musst du einfach nur auf den Stopp-Knopf drücken.